Remote Zusammenarbeiten und Wissen vermitteln mit Bildern. Zusammenarbeit und Wissensvermittlung wird in Zukunft weiterhin auch virtuell und digital stattfinden. Bilder helfen dabei, die Kommunikation deutlich effizienter zu gestalten, weil Inhalte konkretisiert werden, alle Beteiligten über das gleiche sprechen und ein einheitliches Verständnis erzeugt wird. Wie das aussehen kann, möchten wir Ihnen auch genau so vermitteln. Virtuell und visuell in unserem Dialogbild Remote Zusammenarbeiten und Wissen vermitteln mit Bildern, das in verschiedenen Medien eingesetzt werden kann. Bei dem Aufbau des Bildes haben wir uns gefragt, wo findet heute Remote Zusammenarbeit und Wissensvermittlung überhaupt statt und haben das Bild schon mal in drei Bereiche strukturiert. Die Unternehmenswelt, die damit verbundenen Homeoffice-Satelliten und Bereiche, in denen mobil gearbeitet wird, etwa in der Bahn. Für die Zusammenarbeit stellen wir hier exemplarisch zwei Situationen dar. Das Hybrid-Event, an dem viele Menschen beteiligt sind und teilweise vor Ort oder digital zugeschaltet sind, hier durch die blau transparenten Figuren angedeutet. Bei einem solchen Event können wir die erarbeiteten und präsentierten Inhalte parallel, zum Beispiel in einem Graphic Recording, live visualisieren, um das Verständnis zu fördern, eine Reflexionsgrundlage zu schaffen oder die Inhalte zu protokollieren. In dem Workshop kommen weniger Menschen digital oder analog zusammen und bearbeiten ein Thema. Hier wird gemeinsam eine Visualisierung erarbeitet, die das Thema für den später folgenden Rollout in ein umfassendes plakatives Präsentationsmedium verwandelt. Das kann zum Beispiel eine Roadmap sein, ein Unternehmensleitbild, eine visuelle Change-Story, Prozesslandschaft, eben genau das Thema, das erarbeitet und kommuniziert werden soll. Bei beiden Formaten können wir präsent vor Ort oder virtuell mitarbeiten. Ist das Ergebnis fertig gestellt, kann es in verschiedenen Präsentations- und Lernformen eingesetzt werden. Ist die persönliche Ansprache wichtig, kann etwa die Geschäftsleitung, wie hier im Bild in der Videokonferenz, anhand des Dialogbildes die neue Strategie vorstellen. Das zugeschaltete Team erhält so einen schnellen und umfassenden Überblick. Aus der Vogelperspektive können Zusammenhänge schneller erfasst werden, als bei chronologischen Medien wie etwa PowerPoint. Neben der persönlichen Präsentation können aus dem Bild auch selbst erklärende Medien und Lernformate erstellt werden. Etwa ein auf dem Dialogbild basierender Erklärfilm, der zu jeder Zeit und überall abgerufen werden kann, sowie der, den Sie sich gerade anschauen. Eine interaktive Klickversion, bei der sich die Adressaten Szene für Szene durch das Bild klicken. Das Bild wird zur digitalen Wissensoberfläche, wo weiterführende Infos hinterlegt, Medien eingebunden oder verlinkt werden. Ein komplexes E-Learning, bei dem Wissen nicht nur vermittelt, sondern auch abgefragt wird. Der besondere Charme ist hier, dass alle Elemente aus dem Dialogbild und Erklärfilm mit spielerischen Übungen kombiniert werden können. Wie Sie sehen, mit Bildern können komplexe Themen schnell strukturiert, erfasst und vermittelt werden. Genauso einfach können wir auch Ihre Inhalte erarbeiten und aufbereiten. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Informationen Aufmuchense Fragen Nöw cloth viel det